وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Heute kommen wir zu einer schönen Aussage. Und zwar sagte Ibn al-Qayyim in seinem Buch Al-Fawaid zum Vers in Surat al-Ma'idah, beziehungsweise ein Teil von einem Vers, in dem es heißt يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Das heißt, Allah liebt sie, die Gläubigen, und sie lieben ihn. Dazu sagten einige Gelehrten, dieser Vers lässt den Gläubigen dahin schmelzen. Warum? Ibn al-Qayyim sagt لَيْسَ الْعَجَبُ مِنْ قَوْلِهِ يُحِبُّونَهُ Er sagt, die verwunderliche Sache ist nicht, dass die Gläubigen Allah lieben. Er sagt weiter وَإِنَّمَ الْعَجَبُ مِنْ قَوْلِهِ يُحِبُّهُمْ Sondern die verwunderliche Sache ist, dass Allah die Gläubigen liebt. Und in einer anderen Aussage wird es noch deutlicher. Und zwar heißt es da, dass Allah angefangen hat zu lieben und dann erst die Gläubigen. Es heißt يُحِبُّهُمْ Er liebt sie وَيُحِبُّونَهُ Und sie lieben ihn. Das ist die Liebe Allah zu seinen Dienern. Und es gibt Gelehrten, die haben ganze Bücher über diese drei Wörter geschrieben. Und wie gesagt, einige Gelehrten sagten, dieser Vers lässt jeden Gläubigen dahin schmelzen. Weil Allah angefangen hat, dich zu lieben. Und dass er dich überhaupt liebt, ist eine großartige Sache. Möge Allah uns seine Liebe schenken. هذا الله أعلم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ